Das ist ja der Strainer. Das heißt, wenn ich geshakt habe, habe ich ja in meinem Shaker das Eis drin und die Flüssigkeit. Und der Strainer ist dafür da, um das Eis von der Flüssigkeit zu trennen. Das kann ja hier gar nicht mehr durch passieren. Habe ich aber, so wie bei dem Sesam öffnen, noch Birnenstückchen drin oder Kräuter oder Gewürze, dann muss ich meinen Double Strainer nehmen. Das heißt, ich siebe einmal das Eis ab und dann durch mein Feinsieb nochmal die Kräuterstückchen, Blätter, wie auch immer, Birnenstückchen in diesem Fall ab. Und dann habe ich die pure Flüssigkeit.